Die Demonstration läuft unter dem Motto, Bürgerwehr blockieren, gegen Gewalt, Sexismus und Intoleranz. Und mehr, damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Auch wenn viele sagen, dass es nicht nötig ist, würde ich das grundsätzlich verneinen. Weil es die Pflicht ist, eines jeden demokratischen Bürgers gegen Sexismus, Rechtsradikalismus und Gewalt seine Meinung kundzutun.